I'm in Melbourne, bitch Ja, wohin gehen wir? Unten rechts kommt der Bus Hätte ich gesagt, mal in die unbekannte Stadt hier Naja, nicht schon wieder am Arsch der Welt Nicht schon wieder am Arsch der Welt, alter Ja, da fliegt er doch voll hin Jawohl, wenn er da Ja, okay, dann gehen wir doch da Snooki Shores Geh mal in die Stadt oder links hin Links in die Häuser Links in die Häuser Halt Richtung Westen Da, wo wir angezeigt haben Das ist die ganze Stadt Such dir ein Haus raus Ich gehe mit Vergiss es, dass es zwei Stöten Mehr wurscht, prügel wir uns drum Ich ziehe rüber in das eine In die zwei Verhäuser In die zwei stehen Einladen stehen in die Häuser Äh, warte, ich hab gerade Probleme Bei mir ist nämlich einer abgesprungen Ich hab's gesehen Nur ich weiß nicht wo Hinter dir war da nämlich Alter, jetzt hat er eine Pumpgun und rennt vor mir weg und zwingt mich jetzt im Nahkampf Das finde ich jetzt weder Da hinten er rennt rüber Der rennt rüber Richtung Nordost In einer der zweiten wohnen In die zweite Wohnung von links Ich hab ihn zwei Bursts nochmal gegeben Ich hab mal Paketenwerfer Was? Echt? Ja Geile Scheiße Also zu mir kommt er Wander, oder? Ich weiß nicht wo der hin ist Der ist abgehauen Der ist lowlife auf jeden Fall Der müsste nimmer viel haben Ich kann dir leider echt nicht sagen wo der hin ist Ja, warte, ich komme zu dir Brauchst irgendwas? Ne, ich hab Ich seh' na, ich seh' einen Ich seh' zwei Ja, warte, ich komm' nicht voran Ah, da war ich so not geil Warte, sind da 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 Ich bin beim letzten Haus hinten Das ist wie verarschend Jetzt können wir am Anfang Warte, ich bin gleich da Bauen hier Da ist einer, da hat gerade einer rübergeliebt Hab ihn 60 Schaden gedrückt, Alter Missgeburt, dämliche, Alter Da können die die Schauschütze Das ist einer Da ist noch einer, ne? Da ist hier läuft noch einer rum Ja Ich heim mich mal kurz ein bisschen Du bist der Braut Ja, nein Äh, brauchst du Sniper-Munition? Hast du? Ja, ich hab acht Stück Ja Habst du eigentlich? Digga, hier baut jemand Das war ich Ne, ich brauch eigentlich nie Wenn du ne bessere Waffe als ne blaue, äh Weiß und vier hast Hab gar nichts blau Okay Lass es mal ordentlich losen, langsam Ich hab die letzten Alter Ich hab' nur weg, ich hab' nur weg Ja, ich hab' nur weg Ich hab' nur weg Ich hab' nur weg Geburstet 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 Go, hol' dir Nö Bamm Wegebrezel, die blöde Kuh Bamm 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 D Bit Tusten Im пыт Panzer Da schau' aber hier können wir raus Wo bist du denn bitte? Ben oben auf dem Dach weil da oben sieht mich keiner... aber ich kann den Rest überblicken da unten kommt einer von meinem haus rhein kriege ich die m4 munition jetzt rennt mir gegenüber von berghoch das ding reißen kommst du sofort eigentlich atom ich sehe den hat da hinten ist er ich erkenne ihn halt momentan also ich erkenne ihn noch nicht er ist da hinten schießt drauf wie eine sau warum der auf mich geht verstehe ich auch nicht alter hast du bist die größere bedrohung er geht auf dich er geht auf mich ne der ist links eines links rumkommt digga beschäftigt sich ich renne rein ok ich entfilt wir beschäftige sie was ist denn das jetzt solltest du von hinten beschäftigen ja komm her bitte der ist hier oben der ist hier oben down komm her schick dich und machen rein da wenn du noch gar mit genutzt kann munition mehr heute hatte um mir rein komm her komm her zu mir dann kannst du wenig snipen gehen ich gebe dir hinten da links oben osten ich bin weg komm runter ich bin immer über meine sache irgendwie drauf aber nicht in die ding rein nein nein ich bleibe jetzt hier das dreck ist dreck ist nimm dir irgendwas von mir mann neusten ich verstehe nichts was weiß ich nicht der ist hier bei mir sechs gegner hast sechs stück ja ich war schon mega nervig alter bin hier gerade im snipe fight alter links kommt einer der ist runter gesprungen ich weiß schon ich hab's auch schon gesehen aber das will ich mir nicht geben mit denen der trifft mich eh nicht hinter der mauer da ne doch nicht auf einmal in die zone ja habe ich auch vor das ist mir sonst zu unsafe da rechts über mir schießt auch noch einer alter ist das ein massengefakt alter ich bin halt mitten im gefecht drinnen und ich kann nichts machen ich bin einfach alleine in die zone laufen ja ich will außerhalb der zone ich finde außerhalb der zone wesentlich schöner ich möchte eigentlich nur über den berg drüber also läuft vielleicht nicht in die zone mehr oder weniger in die zone der trifft mich eh nicht alter ja klar dritter platz kann ich mit leben kann ich mit leben und drei kills ich meine ist jetzt nicht das beste aber ich kann damit leben alter scheiß drecks camber pisser ja 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 ja